Ein neuer Tag, ein neuer Booster, hallo und herzlich Willkommen. Heute starten wir mit einem Feuerzauberstein. Ah, okay, ich dachte eben schon, die sind beschädigt hier oben am Rand, aber das ist von der 500-Lebens-Punkte-Karte. Dann haben wir Themis, Mech-Göttin der Gesetze. Noch mehr Drachenmacht. Die Essenz von Deus Ex Machinas Macht. Die Essenz von Odins Macht. Die Essenz von Shivas Macht. Dann Persephone, elfte Olympierin. Ah, ja, wieder gespoilert. Eine Super-Rare-Zeus nimmt am Spiel der Götter teil und die Holo ist eine normale Typhons-Antikörper. Dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao! Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss! Tschüss! Das war's. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss! Tschüss!